Immer brauchen noch mehr, bevor irgendein Duddy reinkommt und die Paprika... Ach, hier kraut sich keiner rein. Das sind die einzigen Idioten, die dieses Bonus-Thema wieder machen weltweit. Sind das zwei? Das sind zehn. Warum sind das so viele? Da, einer ist tot. Weil wir Halluzinationen haben. Kein Farben schmecken. So, warte, ich muss erstmal den Namen wieder wegmachen. Jetzt ist er hinter mir, warte mal. Junge. Lass den Namen Floge in Ruhe, Floge. RIP Floge. Moral, wie ich Twitter hinnehmen kann, stehst du auf Omas. Nur. Nur. Ehre, Alter. Aber auch nur wegen den ganzen leckeren Bonschen in der Tasche. Wie nennt man eigentlich dieses Teil von Coolies, was ich sofort immer abbreche? Hat das einen Fachnamen? Befestigungshaken. Sehr gut. Nein, das ist kein Haken. Das ist eine Klemme, eine Taschenbefestigungsklemme. Oder eine in der Hemdtaschenbefestigungsklemme. Ausgezeichnet. In Fachkreisen auch Klemme genannt. Aber dafür zahle ich keine 13 Euro im Monat. Ehrlich, nur für die Blinktron-Fights aber. Für Classic zahle ich auch keine 13 Euro, maximal 6. Das ist doch das Ding, was du schießt, oder nicht? Also nicht mit den Kreisen, die ihr euch um euch drum herum habt. Geht man mit den Kreisen, dann geht auch da weg. Das erinnert mich an irgendwas. Haben wir das nicht schon mal gemacht? Ja, guck bitte, dass auch die Maden in dem Kreis sind, richtig. So, dass man irgendwie, dass alle sich irgendwo hinterstellen, dass man da... Da, guck mal hier, schön hintereinander. Och, ein Traum. Och, Mensch. Wer war so genial und hatte diese Idee? Stern kommt. Ich will jetzt mal Lobhudeln. Weiter nach hinten, dann triffst du alle. Lobhudel dich! Ja, der geht da immer noch durch, oder? So. Nein, einer steht noch. Ja, das ist der Pfeiler der Schande. Der Pfeiler der Schande. Hol dich dem Pfeiler. Es kann sein, dass gleich meine... Hoden explodieren. Ja, das auf jeden Fall. Jetzt stelle ich hier einen Mark und es stehen zwei Leute drüber. Ja, loser. Echt gut, ey. Oder wir hören einfach beim Kacken. Und das ist nicht der schlimmste Erfolg. Ja! Ich bin ein eister Teufelsfeuer, Truthahn. Was? Butz, jawoll. Oh, Leto. Das ist wirklich ein Truthahnbild, the fuck? Das ist wirklich, das heißt Fail Turkey. Kocht man so in den USA irgendwie, keine Ahnung. Ja. Schatz, bringst du dir noch den Höllenstern vorbei? Jo. Butz. Ja. Es ist fertig. Und Mutti ist tot. Ich habe keine Ahnung. Okay. Wir müssen alle volle Quall haben. Ja. Können ja so leicht ein bisschen runterhauen, oder? Ich habe immer volle Quall, wenn wir Erfolge machen. Heute Morgen irgendwie 11 Uhr oder sowas, fünf LKWs ineinander gerast sind. Ich habe dir gesagt, du dir entscheiden, Digga. Ach, Schnauze. Ich hatte immer wieder recht. Morgen gleich zu Hause. Und, ah ja, okay. Und das Spielergewürz kommt einfach davon, dass einer davon stirbt, von dem Ding. Nicht töten sind sie. Sie sind verwirrt. Kann sein. Also, wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch den Hürerschuss. Den A und den Murloc. Das war's. Also, der Kreis bleibt so lange da, bis hier keine... Ja, rein, 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 rein. Ich habe einen Murloc reingezogen. Aber es zählt nicht. Nicht in den mittleren Kreis, aber hat gereicht. Murloc brauchen wir noch. Murloc müsste reinziehen. Nein, das sind doch die Freienlaufen. Ich habe den Murloc reingezogen. Der liegt doch hier bei uns. Ja, der muss da drin sterben. Er ist gestorben. Murloc auf meinem Kopf. Da sitzt ein... Nein, Murloc auf den Kopf. Ja, ja. Murloc auf den Kopf. Jetzt haben wir zweite Phase. Ja, zweite Phase. Uh, wir haben hier ein Aalproblem. So ein paar von den Aalen können wir, glaube ich, töten. Nein. Wenn du das jetzt sagst, wetten es sterben alle. Sie halten dich, wie sei ihre Mutter. Mutti, gib Küsschen. Den brauchen wir noch. Ich hatte die Akku vom Murloc gehabt, den versucht irgendwie, naja, heranzuziehen. Ja, Mann. Bitte da jetzt bitte mal sterben. Oh, oh. Das ist nicht so cool gewesen. Es hat gezählt. Es hat gezählt. Nein. Wurstel, heuen um. Heuen um. Töte einfach alles. Gleich sieht man, wie sie einfach Ruhestein benutzen. Habe Ruhestein. Resetted steht wieder in der Mitte. 2%. Oh, nee, die Tornados. Oh, in der letzten Woche. Oh, mein Gott. Komm, Schott. Oh, mein Gott, die Spannung. Ah, ja. Ja. Ich hasse uns. Ja, aber warum denn Max denn? So eh bloß für die Leute oben, oder? Ich bin unten. Ja, man muss auch Vertrauen in die Gruppe ein bisschen zeigen. Beiden Ebenen könnt ihr das auch sehr sammeln. Fuck. Achtung, sie fliegt. Oh, ja, die sich da jetzt jemand hinstellen, oder? Ja, vermutlich. Ja, natürlich. Es ist wie hier bei Schwarzfelsgießereien. Die Mitte, in die Mitte, in die Mitte. Beim Boss steht sie da. Ich sehe sie nicht. Wo ist sie? Äh, Wasserwehrfahrze. Ja, oder auch nicht. Ich bin weg. Hallo, Woreil. Na? Ah, nee, jetzt bist du gar nicht der Videer. Da bist du. Alter, es passt echt perfekt mit Rückzug. Ja! Oh! Mega. Komm, ich hab zwei geholt. Ich hol die anderen jetzt. Oh, nee, ich hab ne Bombe gekriegt in dem Moment. Oh, nee. Die anderen bitte das Schild wegkloppen. Ja, bin dabei. Schild ist weg, oder? Ja. Ja. Shit. Okay. Oh, doch. Lass die Leute wieder die Bomben holen. Eine fehlt noch. Krieg sie, krieg sie. Come on. No, no, so close. Fuck. Nein. Pilgrat geschrieben, danach müssten nochmal vier kommen. Sind da noch welche? Ja, das sind wieder vier. Eben. Oh. Scheiße. Aber erst hier links wo es alles schon wegkommt. Komm, Nummer 30 auf den Weg nach unten. Hey. Hey. Juhu.